Halleschön Leute und Willkommen zu Let's Play Terzo Symphonie Donuts in New World im Level Part hat uns Alice erwischt, Colette hat Martin das Kind gerettet, ja und dann haben wir sie fertig gemacht und jetzt ist Colette bei uns in der Gruppe und wir drehen jetzt dieses Steinpodium und laufen somit in die Katzen rein Nichts hier sieht aus der Ordnung Vielleicht wird dein Spirat von Summonen sein können Dein Spirat von Summonen? Ich glaube, sie bedeutet mir Ja, du Döge, ich spreche über dich Ich bin weder ein Döge, oder ein Spirat von Summonen Ich bin Centurion Tenebrae, du kannst mich Tenebrae Okay, Tenebi, so, do you notice anything strange? No, not especially, and my name isn't Tenebi Colette doesn't miss a beat Yeah, hmm, maybe it isn't related to the stone dais after all What was that? A monster? But it disappeared Emil, above you Yeah What the fuck? Ein riesiger Piep, man Garuda, mit 11.000 Kaffee Na, wir ziehen ja genug ab Von daher kriegst du auf die Schnauze Emil Dark Radiance, zack Komm her Und hier riechst du die erste Bewegung ab Ich, 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 ich Je Wieso? Der verliert nichts Können wir fliegen? Nein Kannst du sterben? Ähm, die Toilette bringt dir Power Ja, komm, wir lassen ihre Arzt einfach Oh, ich wollte noch ein Format verbieten Ähm Energie, was hätte ich denn da jetzt im Hintergrund geöffnet? Das fliege ich mal schnell Einen Moment, Grenze schließen Tschüss Sie können ja so viel abziehen, wie wir wollen, oder was? Ey Ohne Scheiß Der verliert nichts, Leute Ist das so ein Kaffee? Du musst so und so lange aushalten, oder was? Höh, höh Weil mit unserem Schwarz Schwert AK Blaues Schwert, wie ich es nenne Weil es blau ist Zieh mir genug ab Ja, wir müssen nur überleben Nehmen wir die Stoppeler Was war das? Was war das der Schwarz Wann der Mare Was war das? Aber der Schwarz Wir finden hier war ein Fake Und zum Beispiel Wir haben ihn verletziert Und wir haben ihn verletziert Und insofern Es scheint, dass diese Kreatur responsible für diese Gäste Wir müssen etwas machen. Aber unsere Atte hat einfach aus dem. Schauen wir einen Dramatis. Der Dramatis ist natürlich der Garuda, dem Geruda-Monstern, den wir gerade haben. Der Garuda ist eine spezielle Membräne, eine Barriere. Die einzige Sache, die es kann, ist die Klaue eines Dramatis. Ich weiß, wo wir einen finden können. Ich habe einen Mann in Haima, der Dramatis hat. Ich kann uns da. Haima ist wo die Adventurers gehen, richtig? Ist es sicher? Keine Angst. Sie sind alle gute Leute. Entschuldigung? Eine Klaue? Bitte, ich bin Colette. Colette, danke. Danke. Sie haben uns von der Flügel-Kreatur auf dem Ston-Daisen. Oh, nein. Ich habe gerade gewaltt. Sie sind wirklich verrückt, Colette. Wirklich? Ja. Oh, ich bin Entschuldigung. Okay. Hehehehe. 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 Okay. Lass uns zu Heima gehen. Okay. Die Räume sind verrückt. Colette, kann ich dir etwas fragen? Natürlich. Ähm... Was ist das? Sei ehrlich. Was ist das? Machstri… Machstri!? Ihr sollte das dann! Ihr solltet das! Ich habe gesagt, mein Name war Tenebrae. Oh, äh, du magst nicht, dass ich dich so nennen? Nein, es ist nur, dass mein Name ist... Ich habe es! Ich nenne dich Mr. Doggy. Wie klingt Mr. Doggy? Ich bin Tenebrae. Oh, in diesem Fall. Ich muss mich für Tenebü. Das ist es. Meine Reputation als Centurion ist für uns fertig. Oh, mein Ruf ist ruiniert. Ich bin gut. Was ist so lustig, Tenebrae? Klapp, Colette. Du kannst dich ziemlich komisch sein, wenn du ein Essen probierst. Oh, du bist richtig! Das muss ich erklären, warum ich so viel trage. Centurion sind smart. Du schlägst mich. Um, diese zwei werden mich verrückt. Oh, das war meine Pflanz. Oh, das war das, was ich hierher gekommen bin. Oh, das war so, dass ich hierher gekommen bin. Ich denke, was mit allen in der Stadt passiert. Vielleicht ist es wegen der Weltregeneration. Vielleicht ist es wegen der Weltregeneration. Wir müssen etwas machen. Lass uns jetzt den Drachenbendiger suchen. Wow, hier sind so viele Monster. Das ist schrecklich. Ist das auch wegen des Centurionskurs? Nein, ich wüsste, dass es die einzige Grund ist. Wie die Situation bei Luin. Obwohl ein Kurs nebenbei ist, Monster sollten nicht ein menschliches Settlement in großen Nummern attacken. Dann, was könnte es sein? Es ist feint, aber ich fühle mich die Aura des Demons. Vielleicht ist diese Gebäude mit Demons in irgendeiner Weise. Demons? Bevor Lord Ratatosk zu diesem Welt war, er wurde mit Nibelheim, dem Demons. Dann wurde eine Tür gegründet, und der Weg zwischen den Worlds war geöffnet. Aber einige Beispiele von Demons noch bleiben in diesem Welt. Ja, ich glaube, ich habe ein paar Beispiele davon gesehen. Dann müssen wir versuchen, etwas zu tun? Nein. Die Demons in diesem Welt werden wahrscheinlich zu einem gewissen Grad verabschiedet, wenn Lord Ratatosk erweckert wird. Wir sollten uns auf dem, was wir hierher kommen, um zu tun. Das ist ein Relief. Ich hatte Angst, dass du sagst, dass wir die Demons selbst selbst ausbauen mussten. Als ob da ein Monster noch etwas ausrichten... Oh mein Gott! Das ist ein riesiger Kobold! Der Kugel mit den Dragons war gerade hier, letzte Mal. Wow! Dieses Ort ist auch mit Monster schraubt. Ich wundere mich, was mit dem Dragon-Tamer passiert. Ich hoffe, dass er okay ist. Ich denke, wir müssen uns jetzt über uns selbst beschäftigen. Hier kommt er! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Na ja! Oh mein Gott! Oh nein! Oh mein Gott! 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 Die Treiberin zur superiorität ist Liebe und Glück. Dann gibt es keine Wahl für mich. Halt einfach mit Marda! Colette, du bist ein Geist! Es sieht aus, dass hier keine Dragegner mehr sind. Vielleicht fliegen sie weg. Oder vielleicht wurden sie von all diesen Monster getrunken. Ich kann es hören. Hören was? Ein Dragegner. Ich kann nichts hören. Schau! Ein Dragegner! Sie ist uns dankbar für ihn zu retten. Sie sind sie verabschiedet. Wer verabschiedet? Sie sagen, dass der Dragegner ist tot? Nein. Die Dragegner konnte sich wegschrauben. Sie ist dankbar für die Todes der Vater, die von diesen Monster getrunken haben. Schau! Schau! Sie sagt, dass sie uns verabschieden würde. Selbst ein junger Dragegner würde gegen die Garuda effektiv sein. Wie sollen wir gehen? Ich bin nicht gemütlich, sie zu retten. Aber wenn sie gut ist... Sie hat bereitgestellt, sie zu helfen. Schau! Schau! Danke, kleiner Junge! Alles klar. Lass uns zurück in Asgard gehen. Dieses Ort gibt mir die Dragegner. Flugdrafen-Baby-Alten! Nein, es ist kein neues Monster. Das ist so ein... Ich kann es euch mal zeigen. Wann haben wir das bitte schon erhalten? Ähm, komm, Hayate. Ähm, komm, Hayate. Ähm, es ist hier so ein... Spezialobjekt. So ein wichtiges Objekt halt. Hayate, wer ist Level? Wir sind jetzt gestiegen. Oh, auf Level 10. Cool. Ja, ihr habt gesehen, Colette kann kein Level steigen. Sie ist nur ein Gast. Also, sie kann nie Level steigen. Und wird es auch nie. Poor Colette. Halt, manchmal sind sie irgendwie ein Level höher oder so. Nein. Der Baby Dragon ist so adorable. Ihr Augen sind so groß und rund. Ich frage mich, ob du warst noch kleiner als du warst, Doggy? Ich bin kein Puppe. Aber ich kann es nicht sehen, aber während meiner Kindheit, die Monster in meiner Näheberhäune oft diskutierten mein Level of Cuteness. Als ein Button, glaube ich, war der Konsensis. Sie? Ich wusste es. Die Centurien haben überhaupt keine Kindheit? Oder die Monster haben die Näheberhäune? Entschuldigung. Ich war nur eifersüchtig. Armer, armer Tenebrae. Emile, kann ich dir eine Frage stellen? Das klingt ernsthaft. Was ist das? Entschuldigung. Wer möchtest du? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich oder Colette? Was bist du? Entschuldigung. Ich... Well... Das ist... Tenebrae, was soll ich sagen? Hey... Du meinst, zu sagen, du magst mich, bestens alles? Ich muss sagen, ich bin stolz. Das ist nicht fair, Tenebrae. Ich lasse nicht, dass du ihn von mir stehlen lassen. Das ist schon so alt. Nein, das ist mir, Tenebrae. Okay, zurück nach Asgard. Dann werden wir das erste Mal schlafen. Ich habe die ganze Zeit noch nicht gespeichert. Ich werde danach trotzdem weiter aufnehmen. Ich werde das erste Mal schlafen. Ich werde das erste Mal schlafen. Was ist das, Dach? Ich bin Centurion. Centurion Tenebrae. Oh, genau. Ich bin sorry, Tenebi. Unser Freund ist noch nicht so jung und schlafen, um zu viel schlafen, wenn wir die Gerudasen zu schlafen. Und was soll ich machen? Wir können einen Decoy nutzen, um die Gerudasen zu schlafen, um ihn zu schlafen zu schlafen. Dann haben wir die Gerudasen zu schlafen. Decoy? Wer wird das tun? Ich werde das tun. Ich werde das tun. Colette, du bist zu schlafen. Ich werde das tun. Ich bin nicht schlafen. Und ich bin ziemlich schwer. Ich werde das tun. Nein, ich werde das tun. Ich werde das tun. Ich werde das tun. Ich werde das tun. Ich kann nicht, dass ein Mädchen sein Decoy und schlafen. Emil, das ist nicht eine gute Idee. Ich will wirklich nicht, aber es gibt keine andere Wahl. Du machst das für mich? Danke! Du bist wirklich mein Prinz!